Was ist denn Ihrer Meinung nach die zentrale Frage im Leben eines Menschen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass zentral ist die Frage, was eigentlich ein Mensch aus seinem Leben macht. Da gehört Mut dazu, da gehört Machen dazu, da gehört auch das Fragen, was das Fragen dazu, die Suche nach dem richtigen Weg. Also diese drei Elemente, das Suchen, der Mut und natürlich auch die Bereitschaft etwas zu tun, das gehört dazu. Bei mir hat das natürlich auch einen politischen Hintergrund, das ist auch klar. Ja, Macht hat man geliehen, Macht hat man auf Zeit, Macht muss kontrolliert werden, muss behutsam und umsichtig, aber auch klug eingesetzt werden. Und ich versuche heute aus meiner Erfahrung von fast vier Jahrzehnten im Parlament und in der Politik ein bisschen davon in diesem Buch weiterzugeben. Das sind Geschichten, Begegnungen, Aphorismen, Gedichte, Buchtipps, Zitate, alles, was mir so unterwegs aufgefallen ist oder was ich am Weg aufgeschnappt habe. Was würden Sie denn sagen, was war die mutigste Entscheidung in Ihrem Leben? Naja, das Wichtigste ist natürlich immer die Familie, also dass ich vor jetzt mittlerweile fast 50 Jahren, heuer werden wir die goldene Hochzeit feiern, meine Shishi und ich, dass wir uns eigentlich damals getroffen, sehr schnell füreinander entschieden haben und auch den Mut gehabt haben, zwei wunderbare Kinder in die Welt zu bringen. Das ist sicherlich das Entscheidendste und das Bleibende. Alles andere sind natürlich auch wichtige Dinge, aber ich finde, die Familie, das ist schon das Zentrale und das Herz eines Lebens. Und so habe ich das jedenfalls empfunden und habe daher auch in meiner politischen Zeit die Familie immer hochgehalten. Der letzte Terminus in Ihrem Titel lautet Macht. Wann haben Sie sich persönlich denn zum letzten Mal machtlos gefühlt? Ja, man fühlt sich sehr oft machtlos, wenn man mit dem menschlichen Leid konfrontiert wird. Also es gibt ja auch das Wort von Georg Büchner, der sagt, Leiden ist der Fels des Atheismus. Wenn du jemanden leiden siehst oder wenn du Leid erkennst in deiner Umgebung oder allgemein, dann beginnst du wirklich zu zweifeln an Gott, an dem Glauben, an der Ordnung, was ihm, an dir selber. Aber man fühlt sich dann hilflos, machtlos, ohnmächtig und stellt sich halt genau diese entscheidenden Fragen. Was ist der Mensch? Warum sind wir so? Wie schaut diese Ordnung aus? Was steuert sie? Was sind eigentlich die Baumuster dieses Plans dahinter? Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil am machtlosesten, wenn Sie so wollen, habe ich mich gefühlt, wie in Salzburg seinerzeit, ich glaube, das war noch im Jahr 2000 der Fall, das ist genau 20 Jahre her, wie diese furchtbare Katastrophe in Kaprun passiert ist, wie so, glaube ich, fast 200 Menschen hilflos in diesem Zug im Tunnel verbrannt sind. Ich bin dann als Bundeskanzler mit der Vizekanzlerin zu dieser Trauerfeier mit den Familien dort hingefahren und da bist du einfach sprachlos, vollkommen überwältigt, ohnmächtig, weil da nichts einfällt, was du da an Tröstendem sagen könntest. Noch dazu habe ich eine Wohnung in Abersee in St. Gilden, die ist aus unserem Freundeskreis ein Mädchen in diesem Unglückszug mit verbrannt. Also ich habe das hautnah miterlebt, was das in der Familie ausgelöst hat. Da gibt es keinen Trost, da gibt es keine Macht der Welt, die sowas ungeschehen machen kann. Da gibt es auch keine Gerechtigkeit in dem Sinn, die das in irgendeiner Weise ausgleichen könnte. Aber das ist eine Grunderfahrung, die jeder machen kann. Da muss nicht Politiker sein, das kann da im privaten Umfeld genauso passieren oder in der Wirtschaft. Für mich im Gespräch haben Sie Ihre Antworten fast ein bisschen philosophisch angehört. Das Thema Macht, Mut, die Frage nach dem Sinn. Ist es ein philosophischer Tenor, der das Buch wiedergibt? Ich weiß nicht, ob das philosophisch ist, aber ich finde schon, dass wir Menschen gelegentlich, mit uns sehr selten, aber gelegentlich über die wirklich wichtigen Dinge nachdenken sollten. Ich bin sicher kein Philosoph. Aber dass man halt ein paar Themen anspricht, die über die Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse oder über den Tag hinausgehen, das finde ich schon. Und es lebt sich dann auch anders. Dort, wenn man so will, auch diese Corona-Krise vielleicht das eine oder andere wiederum infrage gestellt oder auch sichtbarer gemacht. Was uns fehlt, wie wichtig bestimmte Dinge sind, die Kultur, der menschliche Kontakt, Social Distancing ist ja furchtbar. In einer Krise willst du ja zusammenrücken, da suchst du ja eigentlich die Nähe. Und genau das war nicht möglich. Wir konnten das Enkelkind plötzlich nicht sehen, mit den Kindern restriktiven Kontakt halten. Das ist schon, du konntest nicht alles, was dir an Freiheit selbstverständlich ist, ausleben. Das sind jetzt nicht philosophische Fragen, finde ich, aber das sind wichtige Fragen. Und ich denke mir schon, dass man manchmal über dem, was man halt gerade verdient oder was an Freude macht oder was, wie die jüngste Musikbrücke heißt oder was im Streaming gerade angeboten wird oder welchen Fetzen man sich morgen kaufen sollte oder was man seinen Kindern mitbringen sollte oder was man verdient. Ich finde schon, dass es ganz gut tut, manchmal über solche Fragen nachzudenken. Das Buch ist nicht nur mit solchen Dingen voll. Gott sei Dank sind auch sehr einfache und alltägliche Dinge drinnen. Aber ein paar Fragen habe ich mir schon erlaubt, auch so hineinzuformulieren. Für wen ist denn Ihr Buch genau das passende Geschenk? Für neugierige Menschen, die erstens einmal schon auch an Politik nicht verzweifeln oder völlig uninteressiert sind. Und ansonsten halt sich, ich habe mal neugierig gefragt, wie tickt der? Was denkt er, wie sieht er manche Dinge, welche Weltanschauung, welche Anschauung von der Welt hat dieser Schüssel, der immerhin fast vier Jahrzehnte im Parlament gesessen ist und fast 20 Jahre in der Regierung. Vielleicht interessiert das manche. Und wie man sieht, scheint jedenfalls die Auflage, mittlerweile die dritte Auflage, scheint dem Recht zu geben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne, danke. Vielen Dank.